Ich denke mal, die magischen Tage hier sind sehr angenehm für die Anwender und ist, denke ich mal, ein Beweis, dass User Groups nicht einfach nur Freaks sind, sondern Leute, die Mittler sind zwischen Herstellern und Anwendern. Deswegen ist es auch noch ein Erfolg, würde ich mal ganz klar sagen.